Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fanbox News, das Format, was euch kurz und knackig darüber informiert, wenn ein Künstler ein neues Album released. Ja Freunde, kommen wir direkt zu den Fanbox News für heute, ihr habt es sicher auch schon im Titel gelesen, und zwar wird es ein neues Album von Wolkenfrei geben. Vanessa Mai hat es ja bereits vor einigen Tagen in ihrer Instagram-Story angekündigt, und zwar wird anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Wolkenfrei am 31. März diesen Jahres das neue Album Hotel Tropicana veröffentlicht. Das Album kommt mit 12 Songs, wovon der erste Song schon bereits veröffentlicht wurde, und zwar der Song Uns gehört die Welt. Das Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem wird es zum neuen Album unterschiedliche Varianten geben. Einmal wird es das Album als Standardalbum geben, mit den 12 Songs für 18,90 Euro. Dann gibt es einmal eine Fotobuch-Edition mit 40-seitigem Fotobuch plus das Album mit den 12 Songs für derzeit 39,99 Euro. Auf Amazon gibt es dazu dann noch eine Amazon-Edition, und zwar das 40-seitige Fotobuch plus zwei Bonus-Songs, eine Autogrammkarte und einen Stickerbogen für derzeit 51 Euro. Und des Weiteren wird es auf der offiziellen Vanessa-My-Shop-Seite, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, noch zwei Release-Konzert-Bundles geben, und zwar einmal für ein Release-Konzert am 15. April diesen Jahres, und zwar im Bergwerk am Hotel Sonnenhof in Aspach, jeweils für 19.30 Uhr. Und dann nochmal für 22.30 Uhr. Ein Release-Konzert-Bundle kostet derzeit 39,90 Euro auf der offiziellen Shop-Seite. Dazu gibt es, wie gesagt, dann noch das Album mit den 12 Songs. Außerdem gibt es noch ein Handtuch-Bundle für 44,90 Euro plus das Album, und dann wird es auch noch zwei unterschiedliche Shirt-Bundles geben, für 44,90 Euro einmal mit einem grauen Shirt plus dem Album oder einem weißen Shirt plus das Album. Und Größe ist natürlich frei wählbar in der Größe S, M, L, X, L und XXL. Wie gesagt, das Shirt-Bundle, also die beiden Shirt-Bundles, das Release-Konzert-Bundle und das Handtuch-Bundle gibt es alles direkt auf der offiziellen Shop-Seite von Vanessa-My. Verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Von mir wird es hier auf meinem Kanal ein Unboxing zur Amazon-Fotobuch-Edition geben. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal an dieser Stelle abonniert. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es von mir was Neues gibt. Ja, liebe Freunde, das war es soweit mit den Fanbox-News für heute. Wie gesagt, alles habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Standard-Album, Fotobuch-Edition, Release-Konzert, Handtuch-Bundle, Shirt-Bundle. Ja, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gönnt euch und ich bedanke euch für euer Zusehen, Zuhören und hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.